so servus zusammen hier ist jonas ich habe gedacht ich mache zu dem video mal einen kleinen audio kommentar weil es dann einfach denke ich verständlicher ist es gab ja schon ein paar anfragen ob ich nicht ein paar video clips drehen kann von meinem dograp training und das habe ich jetzt einfach mal gemacht hier seht ihr jetzt ein rest pausesatz mit sitzenden bizeps curls kurzhantel zur erklärung also die range von den wiederholungen gibt hier so im bereich 15 bis 30 also eher ein bisschen höher weil man halt einfach auch nicht dann so richtig brutal schnell trainieren kann weil es aber kleine muskelgruppe ist ich habe jetzt hier gerade meinen ersten satz gemacht oder hier jetzt nicht gerade fertig sprich ich versuche da exklusive positive phase zu machen also konzentrisch und eine langsame beziehungsweise kontrollierte negative exzentrische phase ja langsam ist immer relativ so man muss gewicht bezogen bei dem training was so dass ich mich da gesteigert habe vom gewicht bin ich das letzte mal habe ich mit 22 kilo kurzhandeln 24 wiederholungen geschafft und habe dann beschlossenes gewicht zu erhöhen und trainiert hier in dem satz das erste mal mit 24,5 kilo das natürlich für den bizeps schon eine enorme steigerung ist von zweieinhalb kilo also auf das gesamtgewicht bezogen und auf die muskelgröße und deswegen ist hier natürlich auch der erste satz dementsprechend schwer wenn ich den ersten satz gemacht habe dann mache ich so halbe minute pause also so 10 bis 15 mal luft holen tiefe atemzüge so wird es eigentlich beschrieben und dann kommt der zweite satz der dann auch wieder bis zum muskelversagen stattfindet und da wird dann halt auch wieder versucht ich so sauber wie möglich dann halt wieder bis als muskelversagen zu gehen so und ist der zweite satz auch beendet zum beispiel weiß ich noch ein einsatz möchte noch machen dann ist das bizeps-satz und das bizeps-training für den tag schon gelaufen also schon ziemlich kurz und dafür halt eben schwer doch einen ziemlich guten pump bei dem training und pump schmerz macht am ende oft so dass ich noch ein oder zwei je nachdem wie viel eben geht erzwungene wiederholung mach ich sehe dir nachher dann auch noch das heißt ich tue mich einfach zu kurz aufstehen schwingen die handeln quasi mit schwung hoch und und versucht dann eben noch mal langsam erzwungen die negative einfach langsam abzulassen dann noch mal die muskel zu erschöpfen und das reicht in der regel eigentlich auch noch so jetzt kommt der letzte satz ich glaube in dem training und dem responser zwar insgesamt auch 15 gekommen also ob diese range gerade so geschafft das heißt ich werde jetzt wieder mit diesem gewicht arbeiten bis ich irgendwo in richtung 25 wiederholungen kommen und dann werde ich wahrscheinlich das gewicht erhöhen ja das war es eigentlich hier die erzwungene hier